Willkommen! Relax-Sessel sind in und Himmola ist einer der führenden Hersteller. Das zeigt auch dieser Relax-Sessel. Er heißt 72, 28 und stand auf der Messe. Ein Sessel, der ideal geeignet ist für Leute, die keine komplizierten Fernbedienungen mögen. Denn diese Bedienung hat nur zwei Knöpfe. Man drückt hier drauf und dann brauche ich nichts mehr zu tun. Die Fußstütze fährt heraus, der Rücken fährt nach hinten. Ich bleibe einfach auf der Taste. Und jetzt habe ich absoluten Komfort. Sie sehen es, top Komfort. Aber ich kann hier das Kopfteil dann noch manuell verstellen, sodass ich ideal in das Fernsehgerät mit dem Sportprogramm schaue. Ich kann jetzt natürlich auch wieder etwas hochgehen. Füße bleiben oben. Toll! Und zum Zurückgehen drücke ich die obere Taste. Und alles ist gut. Ich strecke das ein bisschen. Und zack, bin ich wieder in der Ausgangsposition. Hier ist eine praktische Tasche für die Fernbedienung. So kann man diese auch nicht suchen müssen. Drehbar. Der Sessel ist relativ niedrig, also bis meine Größe geeignet. Ich hätte es gerne vielleicht sogar 2 3 cm höher, aber auch für Personen, die eben um die 1,65 sind. Ideal. Also ein Frauensessel in einem pflegeleichten Leder gut zu kombinieren mit allen Brauntönen. Ein Sessel für Sie wird mich freuen. Und Tschüss!